Okay, meine Freunde, es ist wieder Zeit für eine legendäre Runde Paints. Ja, wir zeichnen heute wieder. Vorher lasst uns nochmal ganz kurz den Code hier angucken. Wir haben hier geschrieben, wir wollen einen HTTP-Server uns bauen und wir wollen, dass diese Funktion für jeden einzelnen einkommenden Request ausgeführt wird. Unten drunter sagen wir, wir wollen ganz gerne noch, dass der Server jetzt auf Port 1337 uns zuhört und damit starten wir den sozusagen. Was im Hintergrund passiert, ist der ganze Workflow, was alles eben bei einer Applikation passiert. Wir führen oben die erste Zeile Code aus, okay, wir requieren irgendwas und dann bauen wir uns den Server und dann listened der Server. Und wenn man noch technisch dazu zählt, dass wir hier unten Node-App.js aufgerufen haben, dann muss man das natürlich auch noch reinbringen. Das heißt, wir starten unseren Server hier mit eben Node-App.js. Anschließend startet man das ganze Skript natürlich. Das heißt, der Code wird von oben nach unten ausgeführt. Ich mache das jetzt hier mal in so eine wunderschöne Box rein und das ist unser Code. Der wird von oben nach unten ausgeführt. Und naja, dann landen wir irgendwann bei der Listen-Funktion. Die wiederum ist eine sogenannte Event-Loop und das ist der wirkliche Kernbestandteil von Node.js. Ihr werdet das häufig sehen, also bei Datenbanken funktioniert das so mit der Event-Loop. Bei vielen, vielen anderen Dingen, die Node macht, wird eine Event-Loop verwendet. Das heißt, ich habe im Endeffekt mehrere, naja, mehrere tausende Requests, die gleichzeitig behandelt werden können. Aber danach höre ich trotzdem weiter zu, ja. Ich schreibe hier tatsächlich jetzt extra mal Event-Loop dran. Event-Loop. Und diese Event-Loop, die finden wir hier drin. Also die ist quasi dieses Server.listen. Die eigentliche Event-Loop oder die eigentliche Funktion der Event-Loop finden wir hier in console.log. Sprich in dieser anonymen Funktion, die wir uns hier oben definiert haben, die vorher eben Request-Listener hieß, falls ihr euch an letztes Video noch erinnert. Das heißt, hier wird der Code die ganze Zeit neu ausgeführt. Egal wie viele Requests reinkommen, die werden allesamt hier ausgeführt. Die äußeren Requests, die zählen nicht. Jedes einzelne Mal wird diese Event-Loop ausgeführt. Deswegen heißt sie Loop. Tatsächlich in der Praxis sieht das anders aus. Man kann mehrere Events auch gleich, oder die Event-Loop kann auch mehrere Requests gleichzeitig ausführen. Allerdings nur im Hintergrund. Davon kriegt ihr quasi nichts mit. So, das heißt, die läuft so lange, bis es nichts mehr abzuarbeiten gibt. Bis es quasi keine registrierten Event-Listener mehr gibt. So, das heißt, in dieser Event-Loop sind, naja, ich hab's gerade gesagt, Event-Listener. Okay. Und was ist bei uns der Event-Listener? Das hab ich eigentlich auch schon gesagt. Ich spoiler viel zu viel hier. Ähm, das ist natürlich unser Event-Listener. Hier diese anonyme Funktion. Ich nehm mir die jetzt einfach mal und kopier mir die hierher. Das ist quasi unsere Funktion, die hier eigentlich ein Event-Listener ist. In unserem Fall. Ja, das kann natürlich alles Mögliche sein. Ähm, in unserem Fall ist es genau das. Aber es kann natürlich genau unser Code sein, den wir hier registrieren. Das heißt, wir sagen, okay, das ist bitte ein Event-Listener. Deswegen hieß das Ding übrigens auch Request-Listener. Request sind Events. Und Listener bedeutet, wir hören darauf. Das heißt, wir warten, bis irgendein Request, bis irgendein Event kommt. Machen dann einen Console.log. Und dann sind wir wieder am Anfang der Event-Loop. Und egal, wie viele Requests hier reinkommen, die kommen alle durch diese Funktion durch. Wenn wir jetzt allerdings alle unregistrieren, alle, ja, alle quasi loswerden, dann hört auch unsere Event-Loop auf. Und das machen wir über Unregistern. Also quasi, ja, Unregister. Das ist eigentlich was Englisches, aber es ist, naja, man spricht halt die ganze Zeit irgendwas Englisches. Und das ist im Endeffekt Process.exit. Ein kleiner Aufruf, wo man quasi den Prozess beendet. Ähm, das heißt, im Endeffekt ist die Event-Loop nur ein Prozess. Und dieser Prozess betreibt intern Multithreading. Aber, ja, ich kann den natürlich auch beenden. So, was das also bedeutet, ist Folgendes. Wenn ich hier jetzt in meinem, in meinem Console.log irgendwann mal ein Process.exit aufrufen würde, macht man seltenst, ja, aber wenn ich würde, dann würde ich das Ding natürlich beenden. Und, ähm, ja, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir führen einmal ganz kurz hier die Node-App.js auf. Also, es ist noch nichts passiert, ja. Das Ding läuft. Das wartet quasi. Wir sind in dieser Event-Loop. Wir warten für Requests. Deswegen wurde diese Funktion hier drin, unser Request-Listener, wurde ja noch nicht ausgeführt. Wenn ich jetzt wieder in meinen Browser gehe und das einmal kurz aktualisiere, dann sehen wir, aha, wir haben das Ganze wieder geloggt. Und wir haben hier wieder die Möglichkeit, was zu tippen, ohne dass ihr STRG-C gedrückt habt, um abzubrechen. Sprich, wir sind am Ende angelangt. Wir haben dieses Process.exit ausgeführt. Dementsprechend wurde der Request-Listener nicht mehr registriert. Also, er ist quasi weg einfach. Und dementsprechend hat der Server auch nichts mehr, worauf er listenen muss. Und dementsprechend ist natürlich das ganze Programm am Ende, weil eine Zeile 9 gibt es nicht mehr. Ich füge jetzt hier nochmal ganz kurz zwei Sachen ein. Und zwar einmal ein console.log. Das wiederum wird einfach nach Definition genannt. Und dann sagen wir hier einmal for Exit. Dann haben wir hier einmal, wobei eigentlich habe ich das noch im Zwischensprecher, nach Exit. Und dann haben wir hier unten drunter Ende. So. Jetzt starten wir das nochmal. Wir sehen, nach Definition wurde schon aufgerufen. Ende wurde auch schon aufgerufen. Das ist ein bisschen seltsam, das Ganze zu verstehen. Ihr könnt euch das aber so vorstellen. Im Endeffekt macht Node das immer genau gleich. Also, das heißt, wir führen unseren Codes zwar von oben nach unten aus. Aber dieses Server.listen hier, das ist tatsächlich Code, der einen neuen Prozess spawnt. Der einen neuen Prozess sozusagen startet. Nämlich diesen, ähm, ja, diesen Listener-Prozess hier. Und der läuft über die Event-Loop die ganze Zeit weiter. Der Code hier läuft auch bis zum Ende durch. Der ist quasi hier fertig. Und, ähm, naja, jetzt warten wir im Endeffekt ab, bis dieser, bis dieser Code hier auch fertig ist. Das heißt, der Hauptprozess ist eigentlich schon am Ende. Aber die Kind-Prozesse, die er gespawnt hat, die sind noch nicht am Ende. Und, äh, ja, das ist im Endeffekt die große Magie hierbei. Ähm, wenn ich jetzt hier einmal ganz kurz aufrufe, mit meinem Browser wieder, einmal kurz F5. Und dann sehen wir hier, ähm, vor Exit wird ausgegeben sogar, ähm, genau, hier direkt davor. Und dann sehen wir hier, nach Exit gibt es natürlich nicht mehr. Nämlich, das war so eine kleine, kleine Finte. Aber ich will eigentlich euch noch was anderes zeigen. Oben vor unserem Log, vor unserem Megalog hier. Hey, hey, das ist wirklich sehr viel. Sekunde. Ich muss ganz kurz nach oben scrollen. So, hier haben wir im Endeffekt nur Ende stehen, ja. Da kam natürlich davor nichts anderes mehr. Dann haben wir den, ähm, Console-Log vom Request. Das ist das Riesending hier, das bis unten geht. Dann steht hier vor Exit. Dann wird Process.Exit ausgeführt. Und, naja, nach Exit gibt es nicht. Das wird logischerweise nicht ausgeführt, weil hier quasi unser Prozess wirklich terminiert wird. Der wird einfach abgewürgt. Und dementsprechend, das hier wird niemals ausgegeben werden. Das ist ähnlich wie ein Return, könnt ihr euch so vorstellen. Ähm, wobei ein Return hier bei dieser Funktion was anderes tun würde als Process.Exit. Return, das tut die Funktion ja so oder so. Also, diese Funktion returnt hier auch. Die returnt halt einfach gar nichts, ja. Die returnt quasi null, wenn ihr so wollt. Und, ähm, geht hier einfach zurück, ja. Das heißt, die Funktion hört normal auch ganz normal auf. Dann sind wir wieder in der Event-Loop. Und diese Event-Loop wartet wieder auf den Request und triggert dann die Funktion wieder. Ein Process.Exit beendet wirklich diesen Prozess in der Event-Loop. Das heißt, wir lösen quasi die Registrierung hier von diesem Event-Listener auf unserer Event-Loop aus. Und das ist im Endeffekt der Lifecycle, wenn ihr so wollt, von eurem Node.js-Programm. Der funktioniert immer relativ gleich. So, ihr seht, das geht ein bisschen tiefer jetzt in die Materie schon. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich bin gespannt auf euer Feedback und, äh, was ihr euch wünscht von dieser Serie. Was ihr vielleicht erwartet habt oder was, was, ja, vielleicht auch unerwartet kommt. Alles klar, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.